Mit dem faltbaren Photovoltaiksystem Smartflex von Kopp wird eine neue und innovative Lösung für moderne Energiegewinnung geboten. Kostensparend, verpackungsarm und leicht zu montieren. Das faltbare System aus vier ausklappbaren Photovoltaikmodulen wird zusammen mit allen notwendigen Komponenten montagefertig geliefert. Der Transport erfolgt verpackungsarm und ist damit überzeugend nachhaltig. Besonders in Zeiten steigender Entsorgungskosten für viele Bauträger eine spürbare Entlastung. Die Ballastierung ist bereits montiert und die Kabelbäume sind integriert. Nur noch Plug and Play. Für die Installation auf dem Dach sind nur ein Kran und ein kleines Montageteam erforderlich. Keine zeitaufwendige Terminierung verschiedener Gewerke. Montiert wird nur mit einem Werkzeug. Das geht schnell und reibungslos. Für eine rasche Einsatzbereitschaft der Anlage. Durch die kurze Montagezeit müssen Gewerbetreibende ihre Produktion oder den Publikumsverkehr während der Bauphase nicht mehr zwingend unterbrechen. Bereits an einem Tag können über 200 Kilowatt Peak installiert werden. Die praktische Montagetechnologie ermöglicht auch einen reibungslosen Abbau, etwa bei Umzügen oder Erweiterungen. Die innovative Lösung für autonome Energieversorgung. Das Photovoltaiksystem Smartflex von Kopp. 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 Kopp.